Moin Leute, Tichino Games am Start. Heute mit einem neuen Video auf meinem Kanal und Willkommen zu einem neuen von Minecraft Survival. Yeah Leute, endlich mal wieder ist Minecraft Survival da. Und ja, ich schau erstmal raus. Hier sind meine Hunde. Hallo, warum guckst du nach oben? Ist da was? Okay Leute, ich geh erstmal auf mein Dach und schau mir so ein bisschen die Landschaft an. Weil vielleicht geh ich heute ein bisschen auf Erkundungstour. Leute, meint ihr, ich schaff den Sprung ins Wasser? Nein, niemals. Habe ich irgendwelche Sachen dabei? Okay, nein. Komm Leute, wir machen einfach mal einen Spaßtod. Aua, Aua. Egal Leute, ich hab's trotzdem ins Wasser geschafft. Und das zählt ja eigentlich. Wenn man ins Wasser schafft, dann ohne zu sterben, dann hat man so gesagt überlebt. Okay, 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 warte. Ähm, zack. Hier einmal so. Ah ja, Leute, ähm. In irgendeiner Folge habe ich meine ganzen Sachen verloren. Das einzigste, was ich noch da habe, ist 32 Kohle. Der Rest ist alles weg. Und ich wollte heute einfach mal wieder ein paar Items sammeln. Deswegen. Und vielleicht sogar in die Mine gehen. Soll ich Manny mal fragen, ob ich zu ihm darf? Mit meinen Hunden? Okay, Leute, das reicht das mal. Ich habe erstmal 24 Holz. Und jetzt frage ich einfach mal Manny. Manny, bist du gerade zu Hause? Hallo? Ja, okay, Manny, gib... Ja, ich gehe jetzt hier. Ich gehe nach dem Auto. Ja, okay. Ja, dann, ähm... Sag mir einfach, wenn du zu Hause bist, dann schaue ich vorbei. Also, ciao. So, ihr bleibt hier. Warte. Ich gehe jetzt beim Manny einbrechen. Weil, ihr habt den gehört, er haut jetzt ab. Das ist meine Chance. Nichts. Nein, jetzt, ich bin nicht stummishalten, oder? Ich bin nicht stummishalten. so Leute waren und Verbindungsfehler jetzt bin ich wieder aber in der Welt gut, habe ich mich stumm gestalten? nope ok Leute zwar hätte ich jetzt vor beim Menü einzubrechen alles wird halt riskant weil er hat mich bis jetzt immer erwischt wie ich in sein Haus gegangen bin aber ich brauche nur ein paar Sachen also ich muss nur schauen ob er was da hat aua verdammt ok 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 ja aber ich hab halt meine ganzen ITEMs verloren Leute kurzer Cut so Leute da bin ich wieder jetzt muss ich halt schauen wie ich am besten zum Menü einbreche beim Menü einbreche so und hopp Aua und um 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 das ist ein Trade House ok 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 und jetzt immer mit der Ruhe ok 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 hier ja ok ok Leute, ich hab keine Ahnung, wo ich hinrenne. Locker schummelt irgendwie oder so. Ich schwöre, ich hätt meine Hunde auf ihn. Ich hätt meine Hunde auf ihn. Du lässt mich in Ruhe, verstanden? Wo bist du? Ja, von wegen, er sieht mich. Ja, locker, er sieht mich. Ich hab gar nichts, aber auch egal. Manny, ich hab gar nichts von dir gekriegt, gell? Also, ja. Ja, ich hab nur mein Holz und ne auch nicht. Ich war zwar bei dir in der Nähe, aber... Ich war nicht in deinem Haus. Ich muss nur schnell... Ja, Digga! Ja, hättest du Inventar... Ich... Ja, okay. Aber ich hab nichts. Okay, ich sag dir jetzt mal ein ganzes Inventar. Ich schwöre auf Gott. Drei Holz. Ah, fuck, da muss ich jetzt nochmal schnell Ding... Irgendwo welches herholen. Ähm, Eichenholz oder, ähm, Holzbretter. Also, Holzbretter oder normales Holz. Und dann muss ich erstmal schauen, dass ich welches finde. Obwohl um mir... Um mich rum ein ganzer Wald ist. Du wirst sogar in meiner Folge sehen, dass ich gar nicht in deinem Haus war. Hier. Da hast du dein Holz. Er glaubt tatsächlich, dass ich, ähm, in deinem Haus war. In. Ich war nicht in deinem Haus. Ich war nicht in meiner Nähe. Ich war auf einem Berg. 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 Und dann war es so, wo, wo, wo. Ja, ich war nie drin. Dann hättest du, A, die Tür offen gesehen. B, du hättest was drin... Gesehen, dass ich drin... Und außerdem war ich nur auf einem Berg. Ja, eine Holztür. Ja, ich weiß es, weil ich die letzten Male auch einbrechen wollte. Keine Ahnung. Jetzt muss ich erst mal meine ganzen Sachen in Sicherheit bringen. Dabei war ich gar nicht in seinem Haus. Habe ich mich gerade mit dir eingelegt? Ja, ich akzeptiere deine Warnung, aber ich war es nicht. Ja, dann mach das. Ich war an einem Berg. Ach ja, Manny, du wirst in meiner Folge sehen, dass ich dein Haus gesehen habe. Aber ich war nicht drin und ich war nicht an deinem Haus. Wirst du jetzt mit mir traden, ja oder nein? Ja, ich hab nur Holz. Wenn ich halt nicht in jeder Folge... Äh, Kohle... Ja, 32, aber ich brauch selber noch was. Kann dir zwar was geben... 32, 32. Aber ich geh noch mal rasch, welches Zahn... Ich geh eh noch mal rasch, ähm... Ich geh eh noch mal was, ähm... Ich hab gar keine Siez... Rad. Ach so. Okay, ähm, ja. Ich geh... Ich guck gerade nach Kohle, weil... Weil ich wohne ja auf einem Berg und da finde ich ganz schnell Kohle. Ah, da ist ja noch mal was. Guck. Direkt an meinem Haus. Ich komm gleich rüber, ich mach mir noch schnell... Stein, ähm, Zeug. Sobald ich Stein gehackt hab. Weil ich will ja auch irgendwann mal wieder eine Höhle suchen und, ähm, Eisen finden. Weil ich hab halt echt gar kein Eisen mehr. Okay, jetzt muss ich nur hoffen, dass ich, ähm, auf dem Weg zu dir nicht sterbe. So, ich hab jetzt, ähm, 51, ähm, Ding, Kohle. 52, mein ich. Stimmt, du hast dir einen Whirlpool gebaut, gell? Ja, hab ich in deiner, ähm, letzten oder vorletzten Folge gesehen. Ähm, ja, ich muss auch noch schnell was machen. Aber ich muss nämlich mein Zeug, also mein Stein in, in, ähm, Zeug umwandeln. So. So. Ja, ähm, also so Werkzeug, Werkzeug meine ich. Und ein Schwert. Mein Holzzeug tue ich dann noch schnell in die Truhe und dann komm ich zu dir. Wir hätten, ähm, wir hätten, ähm, Ding einstellen sollen, Inventar behalten. Na, aber dann wär's zu leicht. So, meine Werksachen, also womit ich bauen kann. Meine Ersatzwerkbank nehme ich mit. Sticks. Und ein Eichensetzling, den kann, den kann ich dann, äh. Na, echt? Na, echt? Und es passt. Okay, Leute, dann, ähm, dann sehen wir uns, wenn ich bei Manny bin, ähm, nach nem Obolen. Ja, okay, Manny, ich mach mich auf den Weg, ich kenn ja dann, ähm, ich kenn ja den Weg zu deinem Haus auswendig. Nachdem, ich mach mich auf den Weg zurück, ich mach mal das. Ähm, ich mach schnell mein Zeug zurückziehen. Ähm, ich mach mal das. So, die Axt. Ein Zeitz. Lehn. Hier hin. Mh, zack. Ich hab mal das. Und man kann mir was, was das gehört. Das Gute ist, immer wenn ich bei einem Baum, weil mein Haus steht ziemlich nah an viele Bäume, dann nehme ich immer die Setzlinge, damit ich neue Bäume wachsen lassen kann. Ola, aber Manny, als du mich erwischt hast, da war ich so gut im Parcours, also ich habe mich voll gut bewegt. Ja, als ich bei deinem Haus war, meine ich damit. Och Manny, du verstehst, hatte auch alles falsch, oder? Ja, mach das. Und ich gucke in der Folge, wo du warst, als ich in der Nähe von deinem Haus war. Ob du mich da gesehen hast, oder nicht? Ja, und gesneakt, oder? Och nee, jetzt habe ich meine Kohle vergessen. Ich bin genau da an deinem Haus. Nein! Alles wieder zurück. Ich habe doch keinen Cut gemacht, gell? Okay, Leute, ich mache jetzt doch einen Cut, weil das dauert ziemlich lange, bis ich wieder zu Hause bin und dann wieder zu Manny laufe. Also, Leute, bis gleich. So, Leute, ich bin wieder da. Ähm, ich habe bei Manny geschlafen, weil es, ähm, ziemlich dunkel wurde, nachdem ich wieder, ähm, gegangen bin. Ähm, Knopf. Okay, ich gehe dabei schon mal zum Trade-Raum. Wie viel wolltest du, 20, oder? 20 wolltest du. Gut, dann hier einmal die 20 Kohle. Die 43 sieht's. Gut. Cool, mit dir, Geschäfte zu machen. Also. Jo, ciao. Jo, ich bin jetzt mal richtig zu laufen. Ja, nee, das ist, darauf habe ich keine Lust mehr. Ja, aber der braucht, der will Sehgras. Ich gehe schnell, welches Sammeln. Ja, aber der braucht, der will Sehgras. Ich habe ganz vergessen, du kannst wegschmeißen, Alina. Ja, weil der Haare liegt das, aber dann. Du warst unterm Bett. Na? Das ist nichts fliegen lassen, Alina. Ich habe den Armin. Ja, ey, hast du doch krass nichts fliegen lassen. Keine Ringe, nichts, weil der Klauer war gar nicht ohne. Auch keine Tüte putzig am Boden verstreuen. Keine Schokolade, nichts, Alina. Der Butter, alles. Okay, Leute, wir gehen jetzt nach Hause und dann werden wir auch. Also dann war's das auch schon. War diesmal eine ziemlich langweilige Folge, finde ich, bei mir. Außer, dass ich diese Flucht von Manny gemacht habe, weil ich in der Nähe von seinem Haus war. Es war lustig. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ciao. Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.